herzlich willkommen zu einer neuen körperreise und heute konzentrieren wir uns wirklich darauf wenn du erkältet bist wenn eine grippe steckt wenn du das gefühl hast egal ob jetzt die nase rinnt der hals kratzt der kopf zu ist die die glieder schmerzen wir werden heute einfach eine heilungs meditation machen und schauen dass wir wirklich diese krankheit einfach mal energetisch bitte absaugen das einmal behandeln können ein bisschen und du schaust dir einfach mal an wie es dir dann geht und ja dann legen wir gleich mal los schließt bitte mal deine augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und lass dich einfach mal in einer entspannung sinken vielleicht nimmst du wahr dass dein körper angestrengt ist dass er schwerer wirkt dass dein immunsystem gegen etwas ankämpft und das braucht einfach kraft und energie vielleicht spürst du auch das gefühl einfach ruhe haben zu wollen und und brauchst diesen entspannungs regenerationsraum und dann lade ich dich jetzt einfach mal ein stelle mal vor du singst wirklich in so eine regenerations heilungsraum rein du gehst jetzt in einen regenerations heilungsraum rein und dieser heilungsraum besteht einfach mal aus angenehmen farben die dich umhüllen es kann ein jadegrün sein das kann gelb sein das kann rosarot sein es kann ein blau sein auf jeden fall ist es ein sehr angenehmer raum für dich der raum wo regeneration stattfindet und du spürst dass teile von dir in dir klarer werden wacher werden bisschen lebendiger werden und in dieser klarheit in dieser lebendigkeit kannst du deinen körper wahrnehmen also du nimmst dich wahr wie du entweder sitzt oder im bett liegst und du kannst nun beginnen deine selbstheilungskräfte zu aktivieren indem du deinen körper unterstützt und das geht ganz einfach zuerst stellst du dir mal vor dass bei deinem solar plexus es ist so magengegend einfach mal wie ein großer staubsauger angesetzt wird stell dir einfach mal vor von der decke dieses regenerations raums kommt so ein großer goldener so ein lichttunnel oder wie wirklich wenn staubsauger und dann setzt dann deinen solar plexus an und dieser staubsauger saugt jetzt alle energien die für erkältung die für entzündung sorgen aus deinem körper raus also sämtliche bakterien viren was auch immer da ist wenn jetzt einfach mal abgesaugt ganz grob zusammengefasst die energie erkältung das ist der erkältungs absauger und du kannst dieses rohr jetzt wahrnehmen diese luft wahrnehmen die beginnt jetzt eben diese erkältungs energie aus deinem system abzusaugen und vor allem auch dort wo du beschwerden hast deinen kopf nase hals die glieder schmerzen womöglich wenn du in den gliedern probleme hast oder gewisse organe spürst also diese energie wird dort abgesaugt und dieser energetische absauger läuft jetzt die ganze meditation weiter und auch wenn du in einem bewusstsein weiter gehst dann wird da immer weiter abgesaugt das heißt dein system wird mehr und mehr von belastenden energien befreit und während jetzt mal sich um die körperliche komponente gekümmert wird schaust du dir mal deine psychische komponente an du kannst dich selber mal fragen wie geht es mir denn wie geht es mir denn wenn ich so erschöpft bin wenn ich so müde bin was hat mich denn angestrengt in letzter zeit was hat mich denn vielleicht gereizt genervt was hat mir den wind aus den segeln genommen was hat mich dazu gebracht dass ich das gefühl habe ich möchte mich einfach nur einigeln und einfach im bett bleiben nun erlaub dir mal diese emotionale komponente ebenso frei zu geben dass es behandelt werden kann ich gebe jetzt meine emotionen frei dass diese auch gelöst werden können und zwar alle belastenden gefühle und gedanken die zu meiner erkältung zu meinem grippalen infekt die zu meiner grippe gehören werden nun transformiert und das löst sich jetzt in einem violetten licht auf also es ist wie eine violette flamme und da werden deine emotionen gereinigt und zwar die emotionen die zu dieser infektion geführt haben die zu dieser schwächung des körpers geführt haben und du hast also jetzt auf der einen seite diesen absauger auf der körperlichen ebene und dieses violette licht diese violette flamme die dir deine emotionen reinigt und die nächste geheimzutat für deine heilungs reise für diese körper reise ist nun zeit und raum und du erlaubst dir nun die zeit und den raum zu gönnen dass du genesen kannst ich gönne mir die zeit und den raum um heil zu werden um zu regenerieren ein regenerationsraum eine regenerationszeit eine zeit der eigenliebe eine zeit der heilung und diese zeit für die musst du dir mal wert sein und das ist ganz viel mit der eigenliebe zu tun und deshalb kommt jetzt noch mal ganz viel eigenliebe rein bei dir und aktivierung der selbstheilungskräfte dein herz wird gestärkt die liebe fließt in dich ein und du beginnst nun angespannte energien zu lösen loszulassen stress löst sich anspannung löst sich aus deinem körper und du spürst also dass du wirklich in deine zeit in deinen raum in deine mitte reinkommen und du spürst doch dass du es dir wert bist dass du es wert bist jetzt heil zu werden heil an körper heil an seele heil an geist also auch in deinen gedanken heil an körper heil an seele heil an geist und du spürst dieses unglaubliche licht diese unglaubliche energie die dich jetzt reinwäscht die einen tiefen frieden in dein system bringt dein nervensystem entlastet sich dein immunsystem stabilisiert sich du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und spürst dass die transformation und die transformative energie dieser reise in dir weiter wirkt du spürst jetzt auch wenn diese meditation zu einem ende kommt spürst du dass diese energien weiter fließen also der abfluss der körperlichen belastung die transformation einer emotionen und natürlich auch diese eigenliebe die du erschlossen hast und damit auch jegliche enttäuschung müdigkeit schwäche frustration und du siehst und das licht der heilung und es fließt durch dich hindurch durch jede zelle eines körpers und wie ein frischer wind von einem berg geht es jetzt durch deine nasen nebenhöhlen stirnhöhlen erfüllt deinen schädel löst alle reize aus deinem hals alle überreizungen löst auch dieses kopfweh wenn du eines hast also befreit nochmal so deinen kopf und fließt jetzt weiter in deine glieder reinigt auch dein herz deine organe alles was belastet ist von diesem stress der erkältung der grippe und du spürst das ist wirklich wie eine dusche und die fließt durch dich durch das weiße licht der heilung und dieses licht senkt sich jetzt bis zu deinen füßen runter und entfernt nochmal alles was dich krank macht und du spürst du bist von diesem heilungslicht umgeben mach dir nochmal bewusst dass dein feld jetzt arbeitet dass dein körper jetzt heilt und bedank dich jetzt mal bei dir selber bei deinem inneren heiler deiner inneren heilerin und sei für dich da in dieser zeit und genau zum richtigen zeitpunkt löst sich jetzt mal zu dieser abfluss vom solarplexus löst sich jetzt diese violette flamme mit den emotionen und du bleibst in diesem weißen strahlenden selbstheilungslicht gebettet in diesem regenerationsraum und du darfst jetzt quasi wieder zurückkommen in deinen körper du steigst da wieder voll ein und das fühlt sich an wie ein kleid das gerade aus der wäscherei gekommen ist wie ein anzug der gerade frisch gebügelt und gestärkt wieder zurückgekommen ist oder wie ein frisch bezogenes bett du spürst da ist etwas neu da ist etwas frisch und du streckst dich mal durch bewegst deinen körper atmest mal tief ein und wieder aus und bedankst dich nochmal bei der geistigen welt streck dich nochmal bewegt dich durch und spür mal wie es dir geht und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst dann öffne deine augen und komm ganz ins hier und jetzt in diese zeit in diesen raum zurück und fühle dich vollkommen rei klar und heil sehr schön wie ist es dir bei dieser reise gegangen ich bin gespannt auf deine erfahrungen hast du vielleicht ein vorher nachher bild schreibst mir gerne unten in die kommentare wie immer lass mir gerne einen daumen hoch da abonniere den kanal schau mal ob du vielleicht noch andere körperreisen findest es gibt eine eigene playlist mit den körperreisen und das habe ich schon verschiedenste abschnitte des körpers durch ich wünsche dir eine gute besserung wenn du krank bist sonst vielen dank dass du so lange drange blieben bist und wir sehen uns beim nächsten mal wieder aus dem wunderschönen lens dein oliverny tschüss bis nächstes mal wir sehen uns beim nächsten mal wieder wir sehen uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal